Das Gefühl, unterwegs zu sein mit der Tour ist ganz, ganz speziell. Man ist in einer Kommune, man ist mit der Band zusammen. Es hat ein paar nicht ganz Bachni am Start, die immer wieder für lustige Momente sorgen. Man trifft sich, ist on the road, fährt in einer Location ein, macht den Soundcheck. Da ist alles immer etwas nervös, weil man ist ja nicht nur nervös vor den Leuten zu spielen, sondern es sind auch viele technische Elemente, die da mitspielen. Das ist eine riesige Kette, die aneinanderhängt und wenn man ein Element aussetzt, dann kann unter Umständen das ganze Kartenhaus auseinanderfallen. Das macht den Soundcheck. In der Hoffnung, es kommt am Abend alles gut. Dann wird zurückgezogen. In einer Location kann man auch im Backstage sehen, dass man aus dem Fenster bereits die Schlange ansteht, wie viele Leute hier anstehen. Das ist wirklich unglaublich. Wenn du siehst, wie viele Menschen das daten sind, das ist einfach enorm. Wir haben uns auch schon die Jokes erlaubt und sind einfach angestanden mit den Leuten an unserem eigenen Konzert. Wir haben Cabriolen gemacht und haben ein Video aufgenommen und gefilmten und so. Die Leute haben es nicht gecheckt, dass der Blick hinten steht. Also sehr, sehr viel Fun macht auch mit. Das ist enorm wichtig. Und dann wärmt man sich ein. Wir haben immer unser Ritual. Man steht im Kreis, man nimmt noch einen Abbezellenzweig gegen die Nervosität. Und Rugby-Team mässig ist im Kreis und dann ist der Fokus wirklich nur noch auf Band. Die Aussenwelt wird einfach nur noch dunkel. Liebe Gäste, herzlich willkommen zum Credit Suisse Viva Showcase. Erleben Sie heute ganz exklusiv und drei Wochen vor dem offiziellen Release die neuen Songs vom Album Service Public. Meine Damen und Herren, please welcome Blick. Credit Suisse Viva. Attractive Banking. Experience more. Pete.